Herzlich Willkommen bei Single ade! Unser nächster einsamer Bauer hat den Namen Hennen Netz F. Er ist 48 Jahre alt und wiegt 140 Kilo. Er ist romantisch veranlaubt und sehr humorvoll. Den ganzen Tag ist der Schweinezüchter damit beschäftigt seinen Bauernhof am Laufen zu erhalten. Das heißt, Tiere füttern, Stall ausmisten, Tiere schlachten und was noch so alles anfällt. Er sucht eine Frau, die ihm bei der Arbeit helfen kann. Sie soll kein Problem damit haben Hennen zu schlachten. Und soll schon morgens um 5 bereit sein aufzustehen und zu arbeiten. Seine Frau soll zwischen 16 und 25 Jahren alt sein und darf nicht mehr wie 60 Kilo wiegen. Er ist ein richtiger Kuschelbär, der auch seine Bedürfnisse hat. Also bitten wir ihn selbst zu Wort. Ich bin schon 48 Jahre alt und hab noch keine Freundin gehabt. Bei mir die meisten Mädels war ich einfach viel zu fan. Oder war ich denn das Grobe? Oder auch zu eklig? Ich weiß es nicht genau, die Äusermkeit macht mich geredig. Aber jetzt komm ich zur Sache, ich tät mir gerne fehlen. Ich bin keinem Paar, da hab ich gesehen, wie du leid die Weiber knäbeln. Und auch sowas tu ich stande, schimpf mir doch bei was. Wenn ich sage, ich bin ein Drecksau. Normale kein Schatz, deshalb nachdem ich suche. Das soll ein Hipschus sein. Feste Post sollte ein bei der Luzi gerne rein. Ich will schaffen sollte keine Wohnung. Ich putze mich nach Flauber und im Scheiß ich putze lassen. Und noch hat sie mich verzaubert. Ich weiß nicht, du viel verlangen. Bin ein komplizierter Mann. Mädchen, wenn dir gefallen, dann ruf mich bitte an. Unser nächster Bauer hat den Namen Gruben Schorsch. Er ist 56 Jahre alt, wiegt 120 Kilo und ist äußerst temperamentvoll. Bei ihm dreht sich der ganze Tag um die Arbeit auf dem Hof. Er ist ein geselliger Mensch und hat sogar eine poetische Ader. Für seine Traumfrau würde er sogar ein Liebeslied schreiben. Den ganzen Tag wird bei ihm gearbeitet. Und abends wird er zum Romeo. Er hat sehr hohe Erwartungen an seine Traumfrau. Sie muss möglichst nah an die Modelmaße, 90, 60, 90 kommen und muss Wäsche waschen, kochen und auf dem Hof mithelfen. Und sie muss abends noch genug Energie haben, um ihren Mann so richtig verwöhnen zu können. Und jetzt bitten wir unseren Gruben Schorsch selber zu Wort. Gute Abend, nette Dinge, du wirst mit mir alt werden. Oh, ein Zuschauer-Alob vom gesuffelten alten Herren. Ich stell mich jetzt mal vor, ich hab nen Hof vom B.S. Engel. Stolz ist 56 Jahre und der martshaariger Schwengel. Lies Schwuchisch, wann passiert ist, will ich eh so gerne loben. Mein Ochsenfiesel hat mein Rechter mit der Linken betrogen. Aber jetzt so meine Aussprache, die du alle erfüllen musst. Rasenmäher sei ein Treibung, kümmere um meinen Busch. Auch kein Druck für Festbukaufen und den Haushaltsschmeißen. Keine Bemelken, Flugzeuge und Spiele nach dem Scheißen. Natürlich musst du auch für meine Gehänge interessieren. Mit Zöpfel geben und wenn's nicht wollen, nicht einfach kräftig schieben. Die Wohne ich da bilsieren und dann bis zum Tod gehen. Mein Hörner transportieren muss klar sein, du dich nicht verwehren. Du wirst niemals entspannen, weil mein Sklaube weit bist. Ich zahl's dir Arbeitszweck, weil dein Däffchen mit Kisch.